So, hallo, herzlich willkommen in einer neuen Folge Desert Skies hier. One on one versus Kevin, den fiesen Wurm. Ich habe hier schon eine Kiste im Paludel stehen. Wir müssen die gerade drehen. Ich glaube, so rum ist richtig. Wir stellen die jetzt mal so hier hin. Dann können wir da nämlich mehr Holz reinpacken, wenn ich dran darf. Jawohl, bitte rein da. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Essen, trinken, sieht noch gut aus. Wir schmeißen jetzt erstmal alles hier rein, weil wir müssen ja erstmal weitermachen hier. Guck mal, Holz ist auch... Alter, Alter. Das muss noch da reinpacken. Ach, da ist es. Okay, nee, das muss da rein. Wir haben nicht genug. Wir brauchen noch eine Kiste. Kann ich noch eine Kiste bauen? Lass mal gucken. Wir können noch eine bauen. Da haben wir so viele. So, drehen die nochmal rum, bitte hier. So. Okay. Hauen wir so da hin. Bam. Überall Kisten, dass wir das Zeug hier reinpacken können. Das rein, 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 rein. Alles rein hier. Denn ich möchte mit dir noch ein bisschen hier rumrödeln. Wir packen die Axt aus. Erspart ja bekanntlich den Zimmermann, die Axt im Haus. Wir werden jetzt hier rumrennen. Ich hoffe, er ist noch weg. Wir haben ja Kevin letztes Mal gekillt. Das heißt, wir können jetzt hier in Ruhe rumrennen und uns ein Holzvorrat und ein Fibervorrat anlegen. Einfach schon mal von Anfang. So, dass wir da unser Vor, unser Floß, unseren Ballon ausbauen können. Ich hoffe es zumindest. Wir werden einfach alles abgrasen und hacken, was hier rumsteht. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Essen haben wir ja noch. Wir haben auch noch eine Notration trinken da. Das heißt, so in der Nähe werden wir erstmal alles wegratzen hier, dass wir jede Menge Holz haben. Ich bin mal gespannt, wie wir viel kriegen. Wie du gesehen hast, habe ich nach der letzten Folge auch schon mal dasselbe hier einmal gemacht. Das heißt, wir machen das jetzt ein zweites Mal zusammen, sodass du das auch mitkriegst. Und dann sollten wir erstmal wieder genug Holz haben. Übrigens, danke nochmal für den Tipp, dass ich so schlau war und weiter in Holz da reingepackt habe. Und keine Kohle. Ins Fuel. Bei unserem Ofen. War natürlich sehr clever. Lol, ist das Gold auch schon wieder respawnt? Voll der Beschiss. Sag ich nicht nein, ne? Sag ich nicht nein. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Eigentlich müssten wir ja jetzt hingehen, abspeichern, ausmachen und wieder anmachen. Gucken, ob es dann wieder da ist. Nein, das mache ich jetzt aber nicht. Das wäre ja unfair. Wir wollen ja fair bleiben. Und hat Kevin ja gar keine Chance mehr hier. Guck, hier ist nämlich nichts dran. Das ist bestimmt respawnt nach einer gewissen Zeit. Dürfte es bestimmt auch nicht mehr lange dauern, bis Kevin wiederkommt. Da haben wir schon wieder 20 Holz. Da haben wir auch schon wieder 20, 20, 40, gute 60 Holz haben wir schon wieder. Essen haben wir jede Menge zu Hause. In den Kisten und auf dem Kocher und schmeiß mich weg. Das fehlt mir noch so ein bisschen hier. Dass man wirklich sein eigenes Essen und Trinken anbauen kann. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft. Aber wir müssen natürlich auch sagen, das Spiel hier ist noch early, 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 early access. Hier ist ja noch nicht wirklich viel Content vorhanden. Aber trotzdem macht es Spaß. Und deswegen machen wir ja auch weiter. Auch wenn wir eigentlich immer nur durch die Gegend fliegen und uns mit Kevin kabbeln. Hap, hap. So. Sehr gut. Den nehmen wir auch noch mit, Tina. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir die zwei Kohle da reingepackt kriegen bei uns. Hap, jetzt haben wir da Kisten. Hier haben wir Kisten. Erstmal gucken. Kohle können wir adden. Ja, oh, guck mal. Hält direkt sehr viel länger. Dann machen wir an. Wir können hier schon mal ein paar Robes machen. Können wir hier wieder was kochen? Nein. Nein, nein, nein. So. Was mir noch in den Sinn gekommen ist, was wir mal gucken müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wir haben. Nägel, Nä, Bell. Hier das Messer. Das muss ja auch einen Sinn haben. Wir gucken jetzt mal hier rein, ob wir irgendwo was haben. Die Amboss da, die können wir eigentlich wegschmeißen. Nerven nur. Oh, so in den hier. Ne, wir haben kein Eisen. Wir müssen gucken. Geht her, mach ran. Wie sieht es hier aus? Haben wir da irgendwo was? Vielleicht bin ich ja dann vorbei. Müssen warten, bis das kommt. Ich würde gerne mal das Messer machen. Und dann müssen wir gucken, dass wir genug Gold Bullets wieder zusammen kriegen. So, äh, kein Eisen, sondern Gold. Bitteschön. Gold Finger. So. Und dass wir vielleicht, ähm, Kevin, wenn wir ihn nochmal erlegt haben, mit unserer Gold Munition hier, dann mit dem Messer irgendwie seine Klaue da abschneiden können. Dass wir so dann forschen können. Das müssten wir nochmal ausprobieren. Da vorne kommt was. Weil das Messer muss ja auch irgendeinen Sinn haben, ne? Das muss ja irgendeinen Sinn haben, das Messer. Na, gib her. Danke. Ropes, ropes, ropes. Alles ropes hier. Geh mal runter. Ich hoffe, wir sind schon vorbei. Aber, oh, wir haben keinen Fiber mehr. Wir gucken mal. Jawohl, da vorne ist er. Kevin, wo bist du? Ich bin jetzt mal frech. Das ist ein Messer. Na, wie war das? So, jetzt können wir hier noch einfach... So, weg damit. Hier, die ganzen... Alles hier, die Kaktussen. Ganz viele Kaktusse. Und ja, ich sage das extra so. Ganz viele Kaktusse. Schön zerlegen hier. So, rein da, rein da, rein da. Oh, wir haben keinen mehr. Schade. Dann, äh, ja. Wo haben wir denn hier Hunger? Da ist nix. Wo war das denn hingeschossen? Halt's Maul. Geh weg. Nein. Wo haben wir unser ganzes Essen hingetan? Guck nicht so. Du kriegst nix. Haben wir das hier reingeschmissen? Aha. Da haben wir es reingeschmissen. Okay. Lass mich in Ruhe. Jetzt ärger. Kommt mal härter. So. Äh, ich hätte gerne einmal die hier. Wir brauchen Nägel dafür. Okay, wo sind die Nägel? Brauchen wir die ganzen Nägel hingeschmissen? Hier, 20 Stück. Und Ropes auch noch. Das heißt, wir können wieder gut weiterbauen. Ups. Aufpassen. So. Und so. Und so. 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 Ist hier hinten noch irgendwo was? Da noch was. Da noch was. Hier noch was. Und da noch was. Na, haben wir schon gut ausgebaut hier, würde ich sagen. Sieht gut aus. Gefällt mir. Packt die Axt aus. An diesen Felsen hier soll wohl auch oder können Minen sein. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu weit weg, um da hinzulaufen. Da kommt sie niemals im Leben wieder um. Da vorne, da ist wieder was. Da können wir wieder landen. Oh, oh, oh. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und da ganz vorne müsste auch wieder was kommen. So, jetzt sind wir leise. Ich weiß, am Anfang sind wir gesprungen. Da wurde auch, nennen es mal in Anführungsstrichen, gemeckert. Ja, von wegen, äh. Kein Wunder, dass der kommt, wenn du da nur rumrennst und so weiter. Ist ja jetzt nicht mehr so schlimm. Oh, haben wir alles. Guck mal, wenn ich jetzt da hinten hinlaufe, das ist viel zu weit. Und ich will euch jetzt nicht antun, bis da hinten hin zu schleichen. Wir können ja leider bloß hier null steuern. So haben wir alles. Aua. Den hier. Äh. Per, danke. Sonst noch irgendwas hier? Siehst du irgendwas? Dein geschultes Auge sieht Sand. Wir werden der Sandbaron hier. So, wie sieht's denn mit den, äh, trinken müssen wir mal wieder. Danke. Sehr gut. Pack die Axt aus. Da vorne. Da könnte, da könnte wieder eine Mine sein. Das ist nämlich in der Nähe von uns. Ich glaube, das ist auch wieder so eine, so eine Villa Kunterbunt da. Steht da wieder rum. Wir können noch ein bisschen hier machen. Wir können hier wieder wechseln auf Eisen. Gehen wir jetzt einfach mal gucken. Das ist so nah bei uns dran. Das will ich wissen, ob da eine Mine drin ist. Ta-da-da-da. There's a camp. Natürlich, da ist ein Camp. Dann könnte da auch wieder eine Mine sein. Wer weiß. Wir werden sehen. Dann gib mir mal das hier. Mach noch eins, bitteschön. Die kannst du mir auch geben. Dann könnten wir hier nämlich schon mal, ding, uns ein Messer craften. Gucken, wofür wir das gebrauchen können. Ich bin gespannt. Komm schon. Bing. Alter, wie lange dauert das denn bitte? Voll das Rambo-Messer hier. Original, du. Oh, wir haben kein Eisenerz mehr. Schade. Warum? Warum? Gib mir das Messer. Ein Bullet reicht nicht. Dann packen wir mal hier rein. Wir haben auch ohne Ende Alkohol. Ich weiß nicht, wohin damit. Ich weiß nicht, wohin damit. Noch noch drei von... So. Geht mal her. Ihre Schleiche. Und gucken, was da hinten zu holen ist. Vielleicht gibt es hier wirklich wieder eine Mine. Das wäre Bombe. Moment ist Ruhe. Über Axt. Ne, wir nehmen mal unser neues Messer hier. Vielleicht können wir damit ja auch Kevin stechen. Müssen wir mal ausprobieren. Ob das geht. später. Ja, hier ist wieder eine Mine. Hier ist wieder eine Mine. Oder? Jawohl, da ist eine Mine. Sehr gut. Kommt, wir rufen. Siehst du? Haben wir ein Glück. Nägel gibt es hier auch ohne Ende. Wie man sieht. Ist da. Äh, ja. Trink direkt. Gib her. Danke, danke. Eisensohl. Riechen wir hier herum. Danke. Ach, das ist wieder die komische Käferlarve. Das ist, glaube ich, auch immer... Oh, der Pilz. Esse ich mal direkt. Wasser nehme ich auch nochmal mit. Das heißt aber, ich glaube, in der... Was heißt, ich glaube, hier drin kommt der ja nicht, ne? Das heißt, wir können hier rumlaufen, oder? Da passiert nichts. Ich denke mal, die sind auch immer alle gleich aufgebaut. Das heißt, wir können diesmal ein bisschen schneller hier durch. Also, erstmal hier lang. Ja. Haben wir wieder hier... Minen-Action. Aber da kommt garantiert auch nochmal irgendwann was. Oh, noch eine Eisen-Pick-Axt. Brauchen wir jetzt nicht. Die geht ja nicht kaputt irgendwie. Aber sehr gut. Das ist sogar gut. Das ist sehr gut. Dann haben wir nämlich... Oder können wir genug Bullets machen? Dann können wir gleich mal testen, was Kevin zu dem Messer sagt. Ob wir damit dann wirklich so eine Klaue abschneiden können. Sodass wir mal forschen können. Weil wir finden ja nirgendwo Klauen. Du kriegst ja immer nur einen Kopf daraus. Wenn du Kevin umbringst. Die Gold-Bullets. Aber da kriegen wir schon noch hin. So, komm, machen wir schneller hier. Flup, flup, flup. Blum, 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 blum. Da irgendwas... Das hätte ich beinahe in Gold vergessen. Das geht ja gar nicht. So geht das nicht. Okay, den haben wir durch. Auf geht's. Mit Shift können wir sogar noch sprinten. Geil. Hier rein. Was ist hier? Brett und Alkohol. Nice. Okay, jetzt geht es hier weiter. Kevin. Äh, tot. So sieht das aus. Hier hoch. Ach, da hängt der Kollege wieder. Ich hoffe, du siehst was. Wenn ich so auf den anderen Monitor gucke, sieht das sehr dunkel aus bei dir. Falls es zu dunkel ist, haus in die Kommentare. So, da waren wir. Jetzt müssen wir hier rein. Sehr schnell haben wir echt Gott sei Dank eine zweite Mine gefunden. Und jetzt können wir mal wieder unsere Eisen- und Goldvorräte auffüllen, ja? Da ist noch Kohle. Hier haben wir nochmal ein bisschen... Ah, komm her. Ich komm da dran. Ob du willst oder nicht. Das Gold ist mein. Das Gold ist mein. Sieht echt aus wie hier so... Keine Ahnung. Wie so Zähne, ne? Sieht das aus. Zumindest unten. Oben ein bisschen viel. Oh, das war irgendein Gigantosaurus hier. Danke, danke. Und weiter geht's. So, auf hier. Da kam er lang. Da waren wir schon. Was ist hier hinten? Geht nicht. Ich glaube, hier sind die Pilze, die wir sammeln konnten, ne? Zum Essen. Ja, danke. Danke. Die zum Beispiel. Wäre cool, wenn man die sammeln könnte. Und später dann einfach Stein. Was soll ich mit Stein? Später dann bei sich selber anpflanzen. Das wäre cool. So, was macht der Kollege hier? It's all been so clear since finally getting some food in my belly. The guys were going to betray me. Aha, die anderen haben ihn betrogen. Ich glaube nicht. Na, lass doch mal. Danke. Lang hat das Essen wohl nicht gehalten, wenn er da so rumhängt. So. Hier durch. Alles ausgeräuchert und geräumt. Weiter geht's. Yeah. Raus hier. Wahrscheinlich wartet da Kevin schon. Ja, wahrscheinlich packen wir. Da ist irgendwas drin. Gib mir das hier. Wusstest. Ich wusste es. War klar. Aber ist nicht schlimm. Dann gehen wir jetzt gerade die Gold Bullets machen. Da können wir das wenigstens testen, was wir vorhaben. Hüpf. So. Gold Bullets. Komm her. Nicht Eisen, sondern Gold brauchen wir. Ah, Kevin. Guck, da ist er doch schon. Da ist er doch schon. Bist gleich dran. Ganz ruhig. Ey, mecker hier nicht. Gleich bist du dran. Äh, Detama, Detama, Detama. Wir können eigentlich die hier gerade essen. Kannst du mal rausschmeißen. Interessiert eh keinen. So. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ob das klappt, was ich hier vorhabe. Seeker Claw. Siehst du? Alkohol haben wir. Seeker Claw kriegst du irgendwie nicht. Darum habe ich mir gedacht, vielleicht können wir die ja mit dem Messer hier abschneiden. Weil ansonsten sehe ich im Moment keine andere Möglichkeit, was für eine Funktion das Messer haben soll. Außer es kriegt vielleicht irgendwann noch eine Funktion, die jetzt noch nicht im Spiel drin ist. So, nochmal bitte. Guck nicht so, du bist jetzt gleich wieder dran. Du musst keine Angst haben. Und vor allem, was bringt die Forschung? Was bringt die Forschung? Das interessiert mich leider am meisten. Da haben wir fünf. Hier ist nichts drin. Haben wir sonst noch irgendwo Gold? Guck mal, da ist noch ein Goldbarren drin. Das heißt, sechs haben wir. So, dann, äh... Frame, Zylinder, Bullets, Gold, Bullets. Das ist natürlich auch wieder hier. Mann, Mann, Mann. Sehr gut. Was haben wir hier sonst noch drin? Nägel, natürlich. Immer nur Nägel. Du kannst auch nochmal wechseln. Dann kannst du direkt wieder das Eisen da machen. Da ist drei von drei Fuel drin. Okay. Danke, danke. Weiter, weiter. Alles immer weitermachen hier. Das Rope können wir mitnehmen. Kannst auch nochmal weitermachen. Bitteschön. Ja, hier. Multitasking vom Feinsten. Ja, mit dem Seil. Noch eins machen. Es ist abgekühlt. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und nochmal zwei. Oh, guck mal. Wir können sogar noch eins machen. So, und jetzt gleich bist du dran, mein Freund. Einmal noch. Wir brauchen schon jetzt zu essen und zu trinken. Und immer schön auf den roten Fleck auf der Wurst schießen. Nicht hinten irgendwo drauf rumballern, ne? Auf dem Brücken oder so. Wie ich das immer mache. So, sechs Schuss haben wir. Und noch einen übrig. Das ist gut. Das ist die Frage. Kann ich den hier unten abschießen? Wo bist du? Guck mich nicht an. Ja, okay. Zählt das? Ich weiß nicht. Zweimal? Oder schieße ich jetzt auf seinen Kopf? Ich weiß nicht. Drei. Ha! Perfekt. Dann kannst du den ja voll abfarmen hier. Nächstes Mal können wir das auch. So, und jetzt mit dem Messer. E2 Open erstmal. Mal wieder einen Kopf. Okay, da passiert überhaupt nichts. Gleich mit rechts. Klick. Nein. Hm. Also, das wird es wohl nicht sein. Schade. Requires a Aix. Vielleicht können wir damit wirklich dem da irgendwie vorne reinstechen. Aber der macht halt mordsmäßigen Schaden. Pollen wir noch ein Gold? Aha. So, dass ich nicht weiß, ob wir das überleben werden. Das wäre natürlich doof. Da ist auch nochmal Erz drin. Mhm. Ja, guck, da ist noch eins. Das heißt, wir können hier nochmal weiter schmelzen. Das ist natürlich doof. Wie kommen wir da jetzt dran? Oder wie kriegen wir das hin? Der Eimer, die blöde Steinaxt. Die können wir auch wegschmeißen. Die Dinger können wir wegschmeißen. Brauchen wir auch nicht. Alles fliegt hier rum. Oh hier. Amboss. Amboss. Warte, wir räumen mal gerade auf. Schmeißen wir das jetzt alles über Bord hier. Das braucht eh kein Mensch. Inventory ist voll. Ja, geht mal her. Warte. Neun. Neun. Sieben. Acht, neun. Okay. Haben wir ihn geschmissen. Alles klar. Dann können wir jetzt die Axt mitnehmen. Der ist tot. Der hält erstmal die Klappe. Das heißt, wir können jetzt hier raus. 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 Sonst noch irgendwas raus. Den Kopf behalten wir mal. Der weiß Opfer nochmal. Liegt da noch was rum? Ja, schon wieder. Raus. Alter. Entsorgt denn hier seinen Müll mitten in der Wüste. Ist ja unglaublich. Da ist nichts drin. Hier haben wir noch einen. Jetzt haben wir auch nichts zu essen. Ja, das ist nicht gut. Da können wir den Kopf noch reinpacken. Das eine können wir trinken. So. Ich will keine Dekoration. Ich will hier nochmal Kohle rein da. Und weiter geht's. Und dann müssen wir gucken, was wir als nächstes finden. Mach's gut, Kevin. Nummer 3. Als nächstes kommt Kevin Nummer 4. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls es euch geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.